Ich bin ein riesen Fan von learning by doing und praxisorientiert arbeiten und ich sehe das an der katholischen Uni in Eichstätt schon sehr vertieft oder sehr wertgeschätzt und merke das jetzt in den ersten Wochen meines Studiums tatsächlich, dass wir sehr praxisorientiert arbeiten und daraus entstehen auch Initiativen. Die Leute arbeiten zusammen, die machen was zusammen und daraus entsteht Engagement, dadurch kann man sich mit der eigenen Uni oder mit dem Campus identifizieren, daraus entstehen dann auch Initiativen und man bewegt sich selbst im Campus, im Unileben und ja, so kann man sich sozial selbst engagieren. Also ich finde tatsächlich auch, dass man zu dem praktischen Arbeiten natürlich den theoretischen, den wissenschaftlichen Hintergrund unbedingt benötigt auch, aber jeder kann für sich, jeder Student kann für sich das ja für sich dann so zusammenbauen, wie er es gerne braucht und das ist das Spannende an der Uni. Du kannst deine Module frei wählen, du kannst dich für deine Interessen entscheiden und bist nicht an irgendwas strikt gebunden und kannst so dich selbst verwirklichen und nicht strikt wie in einer Ausbildung, wo du deinen Ausbildungsplan hast und nach drei Jahren fertig bist, sondern bist bei der Uni frei. Du kannst dich praktisch und wissenschaftlich so vertiefen, dass du dich selbst verwirklichen kannst.